hallo und herzlich willkommen zu der nächsten folge von minecraft dekoration und wie man vielleicht bei mir schon im hintergrund sehen kann geht es in diesem video um fackeln und zwar wie man diese schön an eine wand befestigt und dazu habe ich es ist im prinzip immer dasselbe wie man das baut aber ich habe mir hier ein paar sachen rausgesucht die eigentlich ziemlich nett aussehen und ich wollte ja ich einfach mal vorstellen euch zeigen wie man die baut so im ersten hier haben wir eine fackel und die sieht aus als wäre sie an die wand geklebt und dazu brauchen wir eine fackel an der wand an den block platzieren wir ein item frame und dahinter eine sondenblume das nächste das ist so ziemlich das bekannteste benutzt man wieder eine fackel item frame und diesmal aber ein ambass den kann man einmal so umstellen dass oben das dicke ist oder wenn man den umdreht ist unten das dicke und ober das dünnere ich mag das so rum lieber weil es irgendwie logischer so rum aussieht aber das müsst ihr für euch selber entscheiden wie ihr das bauen wollt so das nächste design funktioniert mit einem trichter und der wird umgedreht das gefällt einem freund von mir sehr gut aber es sieht auch ganz nett aus in manchen text effects sogar noch besser als jetzt aber naja mein favorit ist das nicht so im nächsten brauchen wir wieder den bilderrahmen dahinter und wir benutzen einen trip fire hook so dass es aussieht als ob hier etwas steineres oder metallenes dran wäre was die fackel halten würde so im nächsten design wieder bilderrahmen hinter die fackel und ein fans gate das könnt ihr auch in der farbe nehmen was ihr wollt das sieht so aus ob hier diesmal etwas aus holz dran wäre was die fackel an der wand halten würde so im nächsten fall hier brauchen wir eine trapdoor da kommt auch wieder bilderrahmen und die trapdoor und die können wir auch hier einmal herumdrehen und oben so kann man die auch anbringen aber ich mag lieber wenn die hier unten ist im vorletzten nehmen wir eine eisentraptor das ist im prinzip dasselber bloß in einer anderen farbe und dann noch ganz zum schluss haben wir die pressure plate also die druckplatte aus stein das hier hält mein favorit ist der ambos das sieht eigentlich am besten aus aber ihr müsst halt teilweise kommt auch an der einrichtung von raum darauf an und je nachdem wie modern euer haus ist im mittelalterlichen gebäude nur so würde ich sowas empfehlen mit dem ambos wenn ihr etwas moderneres hat oder etwas helleres dann vielleicht das mit der sonnenblume weil das etwas mehr ins auge sticht aber naja falls euch das video gefallen hat würde ich mich über eine bewertung freuen lasst mir mal konstruktive kritik da und auf wiedersehen